Was ihr begreifen müsst und nie vergessen dürft. Nein! Nichts ist so wie es scheint. Überhaupt nichts. Seine Aufgabe ist es, den Besten zu finden. Oh yeah. Nintendo, ich begrüße Sie hier im Trainingscamp des CIA. Sieht gut aus. Danke. Diejenigen, die bestehen, werden als Undercover-Agents eingesetzt. Ja! Und er findet einen, der perfekt ist. Du bist der Beste deines Jahrgangs gewesen. Du bist sehr geschickt, schnell und sportlich. Ich werde dich rekrutieren. Und muss ich dann jemanden töten? Möchtest du das? Er führt ihn in eine geheime Welt ein. Willkommen beim CIA. Wo nichts so ist, wie es scheint. Dafür wurdest du ausgebildet. Das ist der Auftrag. Layla? Sie ist ein Maulwurf, James. Wieder so ein Psychospiel? Nein, diesmal ist es ernst. Wir haben euch zusammen gemacht. Versuchst du mich zu manipulieren? Vielleicht. Es funktioniert. Wieso ich? Sie vertraut dir, liebt dich möglicherweise. Und du benutzt ihre Liebe dazu, herauszufinden, für wen sie arbeitet. Wenn du auffliegst... Hey! Stehen bleiben! Bist du tot? Al Pacino. Bewegt dich. Colin Farrell. Sie weiß Bescheid. Richard Munahad. Glaubst du, das ist ein Spiel, James? Es ist ein Test. Nur eins ist noch gefährlicher. Tut mir leid, das ist kein Test. Alles ist ein Test! ...als deine Grenze zu überschreiten. Ich weiß nicht, wieso du die Seite gewechselt hast. Das ist mir egal. Du hast die Seite gewechselt! ...denen zu vertrauen, die dich so weit gebracht haben. Was geht hier vor, Kirk? Alles ist ein Test. Der Einsatz